Ich glaube, es kann gelingen. Wir werden sehr zügig, sehr intensiv arbeiten. Das haben wir uns vorgenommen. Und immer im Blick haben, was erwarten die Menschen in Deutschland von uns, die natürlich von der Politik erwarten, dass sie ihre Probleme löst und die Rahmenbedingungen dafür schafft, dass Menschen sich in unserem Land gut einbringen können. Ich gehe also optimistisch in diese Gespräche. Allerdings ist mir klar, dass in den nächsten Tagen auch ein Riesenstück Arbeit vor uns liegt. Und wir sind aber willens, diese Arbeit anzunehmen und zu einem guten Ergebnis zu führen.